Dinger fehlen mir jetzt. Äh, zwei sogar. Erster und... Zweiter wahrscheinlich, ne. Geh ich mal von aus zu... Ja, genau. Gut, dann sind wir halt klein und gehen ins nächste Level. Die Supergalaxie. Die ist ja super. Und dann auch mit Superbeach, ey, boah. Wie hier an den Hals. Was willst du denn von mir, Junge? Ah ja. Auch sehr schön. Ach ja, ein Ding... Was war das denn, bitte? Bin hier bei wenigstens wieder groß. Aber hier, Peach ist da wirklich gar... Eigentlich gar nicht mal so blöd für. Ausnahmsweise muss man das echt mal sagen. Was macht... Was ist das denn für ein Scheiß, Peach? Du sollst springen und nicht den blöden Slideglide-Kack machen da. Was ist auch immer das? Peach, du bist zu blöd zum Kacken. Also ehrlich. Triffst du nicht mal diese blöde Scheiße da? Nein, ne. Was ist... Schalalala. Die sterben. So. Nur aber. Jetzt weiß ich aber gewesen, dass das nichts bringt. Gut, dass ihr eh auch nicht hier... Mach hin. Nein. Tot. Okay, ich weiß aber auf jeden Fall, dass da oben noch so ein Ding ist. Ist das nicht toll? Na los, dreh dich um. Na komm, Schuh. Oh, Hilfe. Peach, Mann. Das ist das Blöde an ihr. Die springt dann gern mal einfach nicht, weil sie dann schon in der Luft war. Oh, jetzt hat er mir das Ding kaputt gemacht, du Penner. Ich glaube, ich laufe jetzt, Amok. Sterben. Danke. So. Bitte. Danke. 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 So. So ohne Scheiße. Ich kann das Ding einfach mal mitnehmen. Dann könnt ihr das auch im Alter. Dann könnt ihr auch mal sehen, was das bringt. So. Wir sind untötbar. Und haben natürlich die Fähigkeiten eines Waschbären. Oder beziehungsweise dieser Feder. Macht Sinn, ne? Wenn man eine Feder sammelt. Ich weiß, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gezeigt habe. Deswegen. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich... Hallo? Na? Du? Ja, wer die Dinger nicht kennt, die kommen aus von meiner Galaxy. Hilfe! Mal rein da. Und dann geht's hier hoch. Toll. 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 Okay. Ihr könnt mich alle mal. Wisst ihr das? So. Mhm. So. So geht's auch. Und ein Leben. Ein Wall-Up-Pilz. So. Ach, natürlich. Ach, das war total doof. Wow. So. Nice. So, blödes Vieh. Moment, da unten ist, glaube ich, ein... Genau. Ein grüner Stern. Was zum Teufel? Nein! Nein, 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 nein! Mano! So eine Kacke. Ach, das ist doch nicht schön. Oh, da oben. Toll. Ey, das sind so ne nutzlosen Scheißblöcke, ey. Ich mein, wenn da so ein Haufen unsichtbare Fragezeichenblöcke ist, dann soll da wenigstens was drin sein, verdammt. So kann man echt einem das Spiel vermiesen, oder so. Alter, willst du mal den Scheiß... Oh, das bringt mir jetzt. Okay, da komme ich nicht hoch. So eine Kacke. Ich mein, allgemein, ich hab irgendwie das Gefühl, dass hier nichts ist, da sind auch keine Dinger drin. Das macht doch keinen Sinn, einfach. Wer hat sich das ausgedacht? Ich nehm bitte den anderen, diese blöde Feder da. Mich wesens, äh... Und von Wundball... Dann hab ich wesens irgendwas! Selbst wenn ich das nur für die blöde, ähm... Eigentlich soll man hier nur mit Katze hochkönnen, aber... Wer interessiert's? So kann man's auch machen. Äh... Naja, wie gesagt, äh... Dann hab ich wesens irgendein... Ähm... Power-Up. Das ist echt zum Kotzen hier. Naja, das brauch ich nicht. Was war das denn? Klar, knallig mit dem Kopf an die Decke. Und drehe mich, äh... Töten, äh... Sterb fast. Bö, 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 fertig. So. Hallo Rosalina, hallo, 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 gibt's von euch die Fresse? Ja. Haben wir eigentlich alles? Haben wir auch den Stempel? Ich weiß nicht. Was gibt's denn, Rosalina? Mensch! Und... Ja, haben wir. Geil, wir haben alles. Ja, ich hab grad gelesen. Kann es sein, dass in diesem Level kein Power-Up ist? Nee, gibt's wirklich nicht. So. Und, wen hat man jetzt? Frage gestellt wird nämlich... Rosalina! Ist auch nicht toll. Die nehmen wir jetzt auch direkt einfach mal von Anfang an sofort, äh, als... Mit Absicht. Ich glaube, auf B muss ich drücken. Äh... Da. Ja. Let's go. Okay. Da war das. Ein Maschowogen. Okay. Sie ist, glaube ich, ein bisschen schneller als Peach. Und hat ein bisschen andere Fähigkeiten auch. Und sie kann nicht, trotz ihres Rockes, kann sie nicht, äh, schweben. Dafür hat sie eine andere, sehr, sehr nützliche Fähigkeit, nämlich... Guck mal! Patsch! Sie gibt ihm einfach mal eine Bitch-Slab. Den Gegnern. Aber man kann auch ohne Power-Up springen. Äh, springen? Ja, kann man auch. Ohne Power-Up kann man auch springen. Nee, äh, angreifen. So. Und sich somit auch ein bisschen länger in der Luft halten und überhaupt... Ist da noch was Interessantes? Münzen? Nee. Okay, also nicht. Nur Münzen völlig uninteressante kamen. So. Genau, und das ist halt sehr sinnvoll auch auf jeden Fall. Dann haben wir hier hin. Einmal rein. Ja, scheiß aufs Leben gerade. Ah, haha, witzig. Ach so. Hilfe! Oh mein Gott. wollte ich das wollte ich doch 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 so hallo na da ist das ziel das sind ganz viele rollen da sehe ich schon was ok ok wir haben wir wissen man sie die dinger behindert aus mit diesen brillen nein du bist tot merkst du bist tot naja sie stürzt nur tausende von kilometern in die tiefe kann man ja nicht sagen dass sie tot ist und so einfach mal auf die Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, natürlich. Da brauche ich ja zwei. Ähm, Moment. So, Luigi, komm mal ran hier, keine Ahnung, wo du bist, da ist sie ja. Komm mal ran hier, Luigi, dann springen wir da mal gemeinsam hin. Okay, dann können wir, Luigi, mach den mal aus, oder so, huch, ne, wollte ich nicht, kann ich den irgendwie wieder ausmachen, scheiße, oh, Gott, dann verreckt er halt zwischendurch, mir auch egal, ist eh jetzt Ende hier, ja, Luigi, naja, so einfach geht das, hoppla, Moment, so, äh, hab grad kein Kopfhörer auf dem Kopf, deswegen, ich hab meinen Controller grad so weit weggeworfen, äh, Moment, ich bin gleich so weit, so, bitte, wow, jetzt hat, äh,